Musik Zu unseren wichtigsten Grundnahrungsmitteln gehört die Kartoffel. Sie zählt zur Pflanzenfamilie der Nachtschattengewächse, wie auch Tomaten, Paprika, Tabak und Auberginen. Musik Einige Pflanzen dieser Familie enthalten Giftstoffe. Bei der Kartoffel sind alle Teile der Pflanze giftig, außer der Knolle. Diese essbaren Knollen wachsen unterirdisch und sind nicht Teile der Wurzel, sondern Verdickungen an den unterirdischen Seitensprossen des Stängels. An den Kartoffelknollen kann man Knospen erkennen, die Augen genannt werden. Aus ihnen wachsen die neuen Triebe, die bis zu einem Meter lang werden. Die behaarten Blätter der Kartoffeln sind aus einzelnen Fiederblättchen zusammengesetzt. Besonders attraktiv ist die Kartoffelpflanze von Juni bis September während der Blütezeit. Kartoffelblüten sind zwittrig, besitzen also männliche und weibliche Geschlechtsorgane. Die fünf weissen Kelchblätter stehen wie ein Rad hinter den gelben männlichen Staubblättern, aus deren Mitte der weibliche Griffel mit der Narbe ragt. Nach der Bestäubung durch Insekten wachsen aus dem Fruchtknoten kirschgrosse, gelblich-grüne Beerenfrüchte. Der darin enthaltene Samen wird ausschliesslich zur Züchtung neuer Sorten verwendet. In der Landwirtschaft vermehrt man Kartoffeln über die Knollen. Nach dem Abklingen der Nachtfröste werden die Knollen in Furchen gelegt und mit Erde bedeckt. Bereits nach wenigen Tagen wachsen aus den Augen die neuen Triebe und schieben sich durch das Erdreich. Wenn der Keimling kräftiger ist, wird die Erde um den Stängel der Pflanze angehäuft, damit unterirdisch mehr Platz für die Knollenbildung ist. Etwa fünf Monate später sind die Kartoffeln dann so weit gewachsen, dass sie geerntet werden können. Man erkennt das an den abgestorbenen Blättern. Die ursprüngliche Heimat der Kartoffel sind die Anden in Südamerika. Seefahrer brachten sie Mitte des 16. Jahrhunderts nach Europa. Dass Admiral Sir Francis Drake die Kartoffel eingeführt habe, ließ sich historisch nicht belegen. Wegen ihrer auffallend schönen Blüten wurde die Kartoffel zunächst als exotische Zierde in verschiedenen botanischen Gärten gepflanzt. Später kam es des Öfteren zu Vergiftungsfällen, wenn notleidende oberirdische Pflanzenteile verzehrten. Der Ruf nach Ausrottung der Kartoffel wurde laut. Erst der preußische König Friedrich der Große erkannte den Wert der unterirdischen Knolle und setzte den Anbau der Pflanze mit dem sogenannten Kartoffelbefehl unter militärischem Schutz durch. Der Siegeszug der Kartoffel begann. Sie bewahrte in den folgenden Kriegen dank ihres guten Ertrages, ihres hohen Nährwertes an Stärke, Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen viele Menschen vor Hunger und Skorbut. Zu den grössten Schädlingen der Kartoffel gehört der aus Amerika eingeschleppte Kartoffelkäfer und seine roten Larven. Sie ernähren sich von den Blättern der Pflanze und können innerhalb weniger Tage ganze Felder leer fressen. Mitte des letzten Jahrhunderts war in Deutschland die Kartoffelkäferplage so schlimm, dass ganze Schulklassen auf die Felder geschickt wurden, um die Käfer und ihre Larven einzusammeln. Später wurden grossflächig Pestizide eingesetzt, um die Felder vor dem gefräßigen Käfer und seiner Brut zu schützen. Im ökologischen Landbau versucht man der Plage mit natürlichen Feinden den Garaus zu machen. Neben der Verwertung als Nahrungsmittel werden aus der Kartoffelknolle Stärke, Traubenzucker und Alkohol hergestellt. Diese Stärke wird auch als chemisches Rohprodukt zur Produktion von Klebstoffen, Pillen oder Papier verwendet. Es gibt tausende von Kartoffelarten. Unterschieden werden die tollen Knollen nach ihrem Stärkegehalt, der Farbe der Schale, der Form der Knolle, der Fleischfarbe und dem Reifezeitpunkt. Aus ihnen wachsen die neuen Triebe, die bis zu einem Meter lang werden. Die behaarten Blätter der Kartoffeln sind aus einzelnen Fiederblättchen zusammengesetzt. Besonders attraktiv ist die Kartoffelpflanze von Juni bis September während der Blütezeit. Kartoffelblüten sind zwittrig, besitzen also männliche und weibliche Geschlechtsorgane. Die fünf weissen Kelchblätter stehen wie ein Rad hinter den gelben männlichen Staubblättern, aus deren Mitte der weibliche Griffel mit der Narbe ragt. Nach der Bestäubung durch Insekten wachsen aus dem Fruchtknoten kirschgrosse, gelblich-grüne Beerenfrüchte. Der darin enthaltene Samen wird ausschliesslich zur Züchtung neuer Sorten verwendet. In der Landwirtschaft vermehrt man Kartoffeln über die Knollen. Nach dem Abklingen der Nachtfröste werden die Knollen in Furchen gelegt und mit Erde bedeckt. Bereits nach wenigen Tagen wachsen aus den Augen die neuen Triebe und schieben sich durch das Erdreich. Wenn der Keimling kräftiger ist, wird die Erde um den Stängel der Pflanze angehäuft, damit unterirdisch mehr Platz für die Knollenbildung ist. Etwa fünf Monate später sind die Kartoffeln dann so weit gewachsen, dass sie geerntet werden können. Man erkennt das an den abgestorbenen Blättern. Die ursprüngliche Heimat der Kartoffel sind die Anden in Südamerika. Seefahrer brachten sie Mitte des 16. Jahrhunderts nach Europa. Dass Admiral Sir Francis Drake die Kartoffel eingeführt habe, ließ sich historisch nicht belegen. Wegen ihrer auffallend schönen Blüten wurde die Kartoffel zunächst als exotische Zierde in verschiedenen botanischen Gärten gepflanzt. Später kam es des Öfteren zu Vergiftungsfällen, wenn notleidende oberirdische Pflanzenteile verzehrten. Der Ruf nach Ausrottung der Kartoffel wurde laut. Erst der preußische König Friedrich der Große erkannte den Wert der unterirdischen Knolle und setzte den Anbau der Pflanze mit dem sogenannten Kartoffelbefehl unter militärischem Schutz durch. Der Siegeszug der Kartoffel begann. Sie bewahrte in den folgenden Kriegen dank ihres guten Ertrages, ihres hohen Nährwertes an Stärke, Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen viele Menschen vor Hunger und Skorbut. Zu den grössten Schädlingen der Kartoffel gehört der aus Amerika eingeschleppte Kartoffelkäfer und seine roten Larven. Sie ernähren sich von den Bläden und mit Erde bedeckt. Bereits nach wenigen Tagen wachsen aus den Augen die neuen Triebe und schieben sich durch das Erdreich. Wenn der Keimling kräftiger ist, wird die Erde um den Stängel der Pflanze angehäuft, damit unterirdisch mehr Platz für die Knollenbildung ist. Etwa fünf Monate später sind die Kartoffeln dann so weit gewachsen, dass sie geerntet werden können. Man erkennt das an den abgestorbenen Blättern. Die ursprüngliche Heimat der Kartoffel sind die Anden in Südamerika. Seefahrer brachten sie Mitte des 16. Jahrhunderts nach Europa. Dass Admiral Sir Francis Drake die Kartoffel eingeführt habe, ließ sich historisch nicht belegen. Wegen ihrer auffallend schönen Blüten wurde die Kartoffel zunächst als exotische Zierde in verschiedenen botanischen Gärten gepflanzt. Später kam es des Öfteren zu Vergiftungsfällen, wenn notleidende oberirdische Pflanzenteile verzehrten. Der Ruf nach Ausrottung der Kartoffel wurde laut. Erst der preußische König Friedrich der Große erkannte den Wert der unterirdischen Knolle und setzte den Anbau der Pflanze mit dem sogenannten Kartoffelbefehl unter militärischem Schutz durch. Der Siegeszug der Kartoffel begann. Sie bewahrte in den folgenden Kriegen dank ihres guten Ertrages, ihres hohen Nährwertes an Stärke, Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen viele Menschen vor Hunger und Skorbut. Zu den grössten Schädlingen der Kartoffel gehört der aus Amerika eingeschleppte Kartoffelkäfer und seine roten Larven. Sie ernähren sich von den Blättern der Pflanze und können innerhalb weniger Tage ganze Felder leer fressen. Mitte des letzten Jahrhunderts war in Deutschland die Kartoffelkäferplage so schlimm, dass ganze Schulklassen auf die Felder geschickt wurden, um die Käfer und ihre Larven einzusammeln. Später wurden grossflächig Pestizide eingesetzt, um die Felder vor dem gefräßigen Käfer und seiner Brut zu schützen. Im ökologischen Landbau versucht man der Plage mit natürlichen Feinden den Garaus zu machen. Neben der Verwertung als Nahrungsmittel werden aus der Kartoffelknolle Stärke, Traubenzucker und Alkohol hergestellt. Diese Stärke wird auch als chemisches Rohprodukt zur Produktion von Klebstoffen, Pillen oder Papier verwendet. Es gibt tausende von Kartoffelarten. Unterschieden werden die tollen Knollen nach ihrem Stärkegehalt, der Farbe der Schaden,